Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit Produktentests und Befragungen zum Einkaufsverhalten erfassen wir die vielfältigen und aktuellen Bedürfnisse von unseren Konsumenten, also von Ihnen. Eine grosse Hilfe bei dieser wichtigen Arbeit ist die GOB Konsumentenschury, die sich aus mehreren Tausend Mitgliedern zusammensetzt. Dank der Anregungen aus der GOB Konsumentenschury können wir die Produkte verbessern, Verpackungen optimieren oder auch Änderungen bei der Ladegestaltung verwirklichen. Eine Befragung zum Beispiel haben wir kürzlich zur Beliebtheit der Herdöpfelgerichte durchgeführt und von der Konsumentenschury folgende Antworten bekommen. In fast einer Hälfte von allen Haushaltungen werden drei bis vier Mal pro Woche Herdöpfel gekocht. Röste steht mit Abstand zoberst, wenn es um die Beliebtheit geht. Wer hat das gedacht? Erst dann kommen Geschwellte, Herdöpfelstock, Salzherdöpfel und so weiter. Was wird am häufigsten zu Bratherdöpfel serviert, haben wir weiter wissen. Geschnetzelts ist die mehrheitliche Antwort gewesen. Und zu Salzherdöpfel kommen Plätzchen vor dem Ragou und dem Braten. Aus solchen Umfragen wissen wir also, dass Herdöpfel für Ihren Menüplan wichtig sind und können für ein abwechslungsreiches Angebot sorgen. Nicola zum Beispiel kommen Sie bei uns im Herbst und den ganzen Winter durchüber. Sie bleibt beim Kochen fest und ist darum besonders geeignet für geschwellte Salzherdöpfel und Herdöpfelsalat. Auch das hat unsere Konsumentenschury geprüft und ist fast einhellig, zu den gleichen Ergebnissen gekommen. Die meisten Testpersonen bestätigen, dass Nicola sehr festsegte, beim Kochen nicht zerfalle oder platt sei. Ich brauche sie für fast alles, ausser für Kartoffelstock. Das ist auch richtig, in diesem Fall werden nämlich eher Bintje oder die neue Sorten Agria empfohlen. Ganz allgemein hat die schöne geile Farbe und das feine Aroma der Nicola Herdöpfel grossen Anklang gefunden. Auch die Form von diesem Herdöpfel, der sich eben leicht schälen lässt, ist positiv erwähnt worden. Besten Dank wieder allen Mitgliedern der Koop Konsumentenschury fürs Mitmachen. Nicola Herdöpfel, Sie kommen übrigens wie alle Herdöpfel von Koop aus integrierter Produktion. Kommen Sie diese Woche bei uns zum Aktionspreis rüber. Fondue-Rezept gibt es vermutlich so viel wie Fondue-Köchinnen und Fondue-Köch. Und alle schwören auf Ihre ganz persönliche Käsemischung. Wir verraten Ihnen heute noch eine weitere. Neu gibt es bei Koop jetzt nämlich das einzigartige und würzige Appenzeller-Fondue. Das Appenzeller-Fondue ist fix fertig, alle Zutaten sind schon drin und es ist schon nach 5 Minuten servierbereit. 5 Minuten? Dann kann man nach diesem Fondue noch waschen haben. Natürlich ist das neue Appenzeller-Fondue übrigens eine Koop-Exklusivität. Auch der Hit, wenn man nicht so pressieren muss. Ja und wir machen weiter mit dem Markenfenster. Es geht hier auch um ein ganz spezielles Rezept. Der Galactina's Best Burger. Viertel mit Zucchini, Peperoni und Tomaten auf ein Spiessli stecken, goldgelb Rote zusammen mit Rahmspinat und Duchessherdöpfel anrichten und der Familie ein Wirtschaftsmenü servieren. Galactina's Best Burger, Alain Goethe. Bestimmt wissen Sie, warum Sie immer wieder gerne Kellogg's Cornflakes essen. Sonst hat Ihnen Kellogg's schon noch ein paar Argumente. Warum isst man Kellogg's Cornflakes immer wieder gerne? Ich persönlich habe das Knackse so gerne. Es war die erste und seit Jahren altbewährt, ein Original. Am Morgen schälen, nachher zu Mittag schälen. Das isse ich, weil das für mich naturpur ist. Kellogg's Cornflakes, einfach natürlich im Geschmack. Wer gut, ist gut, bleibt gut. Wahnsinnig gut. Raffiniert, aber günstig. Auch das heutige Rezept aus der Studioküche verdient die Bezeichnung ohne Wenn und Aber. Eier haben nicht noch den Vorteil, dass sie günstig sind. Sie bieten auch viel Abwechslung. Und der Zeitaufwand, auch für ein feines Gericht, ist meistens minimal. Für einen Rahm Eierpfändli zum Beispiel. Halbrahm mit Gerieben und Parmesan und verschiedenen Gewürzen verwirren. Ich nehme wenig Sojasauce, Paprika, Pfeffer und Salz. Die Masse in ein feuerfestes Portionenblättchen geben. Dann die Eier aufschlagen und sorgfältig ins Pfändli legen. Bei mittlerer Temperatur solange erhitzen, bis das Eiweiss fest und der Käse geschmolzen ist. Form servieren, die Eier leicht würzen und mit Schnittlauch garnieren. Dazu passt gut eine knusprige Vollkorn-Toast. Das einfache, aber lustige Rezept finden Sie wie immer in allen Zeitungen, wo unsere Aktionen erscheinen. Ich hoffe, Sie probieren es einmal aus. Das umso mehr als auch die Eier, die Sie dafür brauchen, bei uns diese Woche zum Aktionspreis zu kaufen. Weitere Aktionsangebote sind zum Beispiel, wie schon erwähnt, Nikola Herr Töpfel aus integrierter Produktion. 2,5 Kilo offerieren wir Ihnen für nur 2,50. Und das Kilo Quicknuss-Schinkli bekommen Sie über für 19,50. Alle Tamtam im Quattropack gibt es für nur 1,50. Ausserdem offerieren wir Ihnen ein Dampfbügel-Einsen Satrapapour 2000 für nur 69 Franken. Und hier noch der Co-Preisabschlag. Die Madeleine de Commercy kostet von jetzt an nur noch 2,50. Gut und günstig essen können Sie auch diese Woche im Co-Prestaurant. Es gibt Hechtklösschen Lyoner Art mit Wildreis und Sie zahlen dafür nur 9,50. Soviel für heute aus dem GOB-Studio. Danke, dass Sie Zeit hatten zum Zuschauen. Auf Wiedersehen.